wenn die zirkusmusik vorbei ist da kommt der mo aus der ecke und begrüßt euch zum einzig wahren telestammtisch das sammelsurium der stimmen ist zurück kommt mal ran auf den meter und hört zu wie chef an die höchstpersönlich seinen gedankensenf zu waiting for the barbarians rauslässt der neue film mit johnny depp und mr batman to be robert pattinson kommt in die kinos lasse und meine wenigkeit sind auch dabei aber das spielt hier keine große rolle die frage ist doch kann der film was oder kann er nicht als nächstes hört ihr max und jens dabei zu wie sie die neuauflage eines großen deutschen films besprechen die blechtrommel wird neu als 4k blu ray erscheinen und ob der film von volker schlöndorf auch 41 jahre nach seinem ursprungserscheinungsdatum noch seine oscar gewürdigte wucht verbreiten kann werden die beiden euch auf jeden fall wissen lassen als dritte und letzte besprechung gibt es happy times der deutsche untertitel ist hier ein blutiges fest und es scheint es auch tatsächlich zu sein denn im trailer sieht man jede menge ego gewalt kaltblütigkeit und blut lauscht max und till dabei wie der film bei ihnen angekommen ist am ende bleibt zu sagen dass der telestammtisch ein hobbyprojekt ist dem sich mittlerweile rund 50 redakteure freiwillig und voller hingabe angeschlossen haben wir hoffen ihr habt spaß und deswegen wäre super wenn ihr uns liked ein bisschen lob dalassen ein bisschen kritik gerne auch jede form von interaktion von eurer seite ist gern gesehen damit wir wissen dass wir hier einen job machen der euch gefällt an dem ihr spaß habt und dann können wir auch dabei bleiben so genug gesammelt los geht's wir hören uns gleich macht's gut beim titel wie warten auf die barbaren kommt mir folgendes intro angemessen vor sie ist ein gebrochenes mädchen aus der gegend er der alteingesessene boss mit dem herzen aus gold durchbrochen wird die idylle vom exzentrischen mistkerl mit catchy eyewear werden die 30 zusammenraufen findet es selbst daraus in waiting for the barbarians die neue sitcom diesen herbst auf pro sie echt nicht schlecht flasche super sensationell das war bar 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 barisch war das bar 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 barisch okay moin lasse moin low mo yes low mo auch gut moin zen tag auch ihr lieben schön dass ich die beiden größten barbaren des telestammtisch mit im boot habe dass wir hier zusammen über den film warten auf die barbaren sprechen können der in dem fall gar keinen eigenen kinostart kriegt was mich echt mega überrascht weil er doch relativ gut besetzt ist aber er kommt dafür schon am 29 oktober in digital nach hause und am 5 november dann auch auf disk wir konnten den film vorab sehen wir haben den streaming link von konstantin film gekriegt und wir haben uns gedacht da wollen wir mal drüber reden aber da jetzt richtig lust drauf mo ach ja das kann man schon mal erzählen wie man das gefunden hat sehr gut kanntest du die buchvorlage ne ich wusste dass das buch gibt aber ich das ist auch nicht so mein metier das ist nicht so das was ich dann gerne lese ich habe mich ein bisschen schlau gemacht als ich dann wusste dass ich diesen film gucken werde aber das buch jetzt extra noch mal zu lesen fand ich dann doch ein bisschen doll und es gibt ja noch eine oper ne lasse oh davon wusste ich gar nichts ich wusste gar nichts über dieses material ich wusste gar nicht dass es auf dem buch auf einem buch basiert bis ich dann den vorspann gesehen habe und ich wusste bis vorhin gerade wenn noch bei ein paar forschungen gar nicht dass der autor selber das für den film adaptiert hat und als ich das rausgefunden habe dann gab dieser film eine ganze menge mehr sinn für mich ja also dass diese oper die es gibt ist von philip glas den wiederum wirst du kennen oder oh ja philip glas ist mir ein begriff tatsächlich das war tatsächlich auch ein grund dafür dass ich diesen film unbedingt besprechen wollte denn so viel trivia jetzt an der stelle mal erwähnt ich war bei der premiere bei der weltpremiere von diesem stück anwesend auf der bühne als statist und habe dann auch die ganzen vorstellungen die es halt dann so gab das war in erfurt meiner heimatstadt da war ich dann halt als quasi als eine art guantanamo-häftling gefangener sklave irgendwie zu sehen man sieht meinen kopf nicht hatte so einen schwarzen sack auf dem kopf und dann eben so eine orangene guantanamo hose dann wurden mir mit so blutfarbe ich glaube enemy war es glaube ich auf die brust gekratzt da so drauf gemalt und so und naja ich wusste eigentlich nicht viel machen als auf die bühne humpeln zusammen mit anderen und dann da quasi zu boden brechen aber das war so meine persönliche bindung zur oper auch und das war für mich grund genug hier mal einen genauen blick riskieren zu können das macht man vielleicht auch nicht jeden tag ich hatte voll bock den film zu gucken ja ich hatte basierend auf der besetzung bock drauf den film zu gucken ja und ich habe halt gesehen dass ihr beide dabei seid und das ist das hat dir gereicht das hat mir gereicht ja was mich jetzt aber schon mal interessieren würde ist warum das jetzt besonders viel sinn für dich ergibt lasse dass der autor des buches jetzt hier auch das drehbuch gemacht hat und warum also was was da jetzt dieser mehrwert war weil also von der opa kann ich sagen dass sie deutlich umfangreicher abwechslungsreicher und haben mehr handlung hat als der film deutlich mehr allein die opa also was für was für mich in dem sinne sinn ergeben hat ist dass das pacing wahnsinnig sagt okay für einen film einfach wo ich mir dachte guter gott also bitte nehmen wir in irgendeiner form tempo auf oder irgendwas anderes halt ich verstehe nach und nach habe ich so halbwegs verstanden was der film und das buch oder was auch immer was die aussagen wollen damit und ich habe damit auch an sich überhaupt kein problem das problem ist nur das hält nicht unbedingt für ein super interessantes erlebnis her aus filmischer sicht zimmer mo worum geht es eigentlich in warten auf die barbaren wir sehen einen außenposten in irgendeinem anhand der barbaren würde ich sagen asiatisch mongolischen reich aber das spielt wohl nicht so eine richtig große rolle der eigentlich sehr friedfertig vor sich hin lebt und von dem sogenannten magistrat geführt wird der macht das mit sehr viel geschick und die schlimmsten sachen die da passieren ist wenn das schwein vom nachbarn den salat wegfuttert das alles wird dann sehr furchtbar aufgerührt als plötzlich mit der figur die johnny depp spielt ein dem magistrat übergeordneter polizist ins in diesen außenposten kommt und damit beginnt leute zu verhören und das mit schrecklichen methoden nämlich mit folter und der schreckt auch nicht vom mord zurück und dieser magistrat wird dann einfach ja er muss sich fragen steht er weiter zu diesem empire und kann er das hinnehmen oder versucht er etwas dagegen zu tun das ist britisch empire oder ja definitiv das so ungefähr ist es ich kann ja gleich noch ein bisschen weitermachen wenn ihr wollt gibt ihr ich habe den geguckt und habe den geguckt und in der mitte ungefähr da ging er mir ein bisschen gegen den strich also ich bin vielleicht auch nicht der die zielgruppe oder ich bin nicht der der dann ruhig genug geblieben ist aber diese ganze geschichte mit dem also es kommt dann dazu dass vor dem in diesem um den standpunkt um diesen außenposten herum plötzlich eine eine person eine pennerin quasi auftaucht mit gebrochenen beinen und der magistrat nimmt sich ihre an und pflegt sie und die beiden werden immer enger miteinander nicht auf sexuelle art sondern einfach durch diese pflege durch seine hingabe und das zieht sich dermaßen lang dass ich mich wirklich gefragt habe ist das jetzt deck das kernstück dieses films und wenn ja was will es mir denn erzählen und da hat der film mich tatsächlich verloren am anfang war ich ein bisschen mehr im thema auch gerade so die ersten szenen von johnny depp und als später robert pattinson auf der bühne auftaucht sind wir auch wieder im thema diese beiden teile sind für mich auch nahtlos und der mittelteil der hat es mir ganz ganz schwer gemacht ja sobald die beiden dann nicht da sind also bis robert pattinson auftaucht gehen so eine stunde 15 minuten ich habe exakt getimt und johnny depp ist am anfang und am ende in mehreren szenen der eigentliche hauptdarsteller ist halt mark rylans als der magistrat und ja sobald die dann verschwunden sind äh ist es einfach halt dieses diese art von kathartischer äh beziehung im prinzip die er hat wo ich dann auch denke lebt er hier auch einen fußfetisch aus der irgendwie teil von seinem charakter ist ich war mir nicht ganz sicher aber auf jeden fall ist es so seine art der wiedergutmachung obwohl er halt selbst nichts falsches getan hat und so weiter ich verstehe was es thematisch soll aber es ist halt wirklich sehr sehr lang und langsam und hingezogen oder es ist nicht mega interessant wirklich wir warten irgendwie wir warten wirklich darauf dass jetzt wir warten wir warten auf die barbaren halt oder auf irgendwen keine ahnung und eben das ist ja auch the story to begin der neue film mit johnny depp und das ist ja eben auch das clevere am titel halt am schluss sollen wir uns halt natürlich fragen wer sind denn nun eigentlich die barbaren in dieser geschichte ja aber ganz so weißt du ganz so ist es ja nicht denn am ende naja also mit der letzten szene gibt es ja im grunde eine erklärung beziehungsweise da kommt ja das schlüsselelement nochmal zum tragen aber so bis dahin also ich wie gesagt ich hatte wirklich mühe dem ganzen weiter folgen zu wollen ich habe euch das gestern abend ja auch quasi live getextet und am ende hatte er mich wieder aber dieses mittelstück glaube ich habe ich vielleicht habe ich in seiner tragweite einfach nicht verstanden aber ich denke das hätte man wirklich ein bisschen straffen können cinematografisch großartig also tolle landschaftsbilder das mark rylans spielt toll alle spielen toll alle machen da auch greta skaki da in relativ überschaubaren rolle auch alle toll gar keine frage und das geld gut angelegt in in der cinematographie und versperrlicher musikeinsatz alles durfte aber irgendwie weiß ich nicht so genau warum es soll ja im buch mehr und auch in der oper sagst du ja gerade selber es geht es geht hoch her es passiert ein bisschen mehr und warum das hier eben nicht der fall ist das habe ich mir nicht so ganz beantworten können ja es ist halt wirklich ich fand es wirklich schön halt johnny depp in dieser art von dramatischen rolle zu sehen wo er definitiv wo ich halt mir irgendwie vorstellen kann das war eventuell seine idee mit dieser sonnenbrille weil er immer irgendetwas irgendein gimmick braucht für seine figuren und hier hat halt ich brauche irgendwas womit ich heraussteche und das waren halt diese brille womit er aussieht wie ein anime schurke aber er hat es gut gemacht ich fand halt ich meine wir haben es in der deutschen synchro gesehen aber es trotzdem seine performance ist ist sehr ruhig sie ist sehr gefasst und diabolisch er hat diesen coolen monolog mit dem druck ich finde ich finde das hat er toll gemacht mark rylans ich meine der ist über jeden zweifel haben wir alle wissen wie gut er ist robert pattinson sobald er dann da ist ist auch gut die alle damit gibt es überhaupt gar kein problem letztendlich ist halt einfach nur weiß nicht unterfordert die story alles so ein bisschen wo ich mir doch wirklich dachte wie zur hölle haben die solche wie mark rylans und johnny depp und so weiter dafür gekriegt eigentlich genau naja weil das also das buch hat ja schon riesen impact und alle reden ja auch von der nachricht die dieses buch da vermittelt und dieser film dann das war wahrscheinlich die hoffnung auch weiter noch vergibt aber ich glaube das konzentriert sich so sehr auf eine nachricht die ich nicht gefunden habe dass es halt vergisst irgendwie müsste es erst mal eine spannende geschichte sein und die nachricht vermittelst du dann darüber und das ist mehr zu fahrt gewesen also ich glaube die nachricht soll im prinzip sein wir 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 provozieren hier diesen streit vom zaun der eigentlich gar nicht existiert mischen uns hier in dinge ein über die wir keine macht haben sollten und dann am schluss sollst du dich halt fragen wer sind denn jetzt eigentlich genau die barbaren in dieser geschichte weil die antwort ist eigentlich relativ offensichtlich dann ja also das soll es wohl sein kolonialismus ist ja einfach in jeder ja das ist ja nicht nur bei den engländern gewesen die belger waren dann auch nicht ohne und wir deutschen sind auch nicht ohne gewesen natürlich ist jeder jede art von von fremdbestimmung ist für die leute in dem land immer erst mal schlecht und dann wäre mir die nachricht tatsächlich oder die die message eigentlich zu simpel denn das ist uns klar dass ein durch druck entstandenes konglomerat an menschen irgendwie auf einem haufen konzentriert nie gut ist nie frei ist und immer mit brutalität und machtgehabe einher geht und ich habe im vorfeld kurz bevor ich den film gesehen habe halt eben gelesen dass einige gesagt haben es ist sehr sehr dramatisch was die brutalität angeht das kann ich jetzt nicht so nachvollziehen es gibt diese eine szene auf dem marktplatz die finde ich schon ein bisschen heftig wie da die gefangenen präsentiert werden aber alles in allem macht der film das schon so geschickt dass er die kamera im richtigen moment auch einfach nicht dabei hat und wir sehen quasi eher mal einen blutfleck auf dem boden als eine tatsächliche hinrichtung zum beispiel was ich sehr gut finde denn so überbordende brutalität hat der film auch gar nicht gebraucht würde ich sagen aber viel verstörender so fand ich tatsächlich ja ich finde das auch gut aber das interesse ist halt wirklich halfway through hatte ich kein interesse ja es ist halt auch also es ist auch nicht mal geeignet großartig als vielleicht analogie zu meinetwegen afghanistan oder irarkkrieg oder so wo dann ja letztlich auch solche themen bedient werden wenn man sich da mal ja einfach ein bisschen vergegenwärtig was da passiert es ist einfach so ein bisschen dünn man hat so ein bisschen das gefühl okay das ist ein ganz nettes setting und es wäre hier noch irgendwie so eine liebesgeschichte mit reingebastelt aber es kommt irgendwie nicht zum punkt man wartet wirklich ganz lange dass es hier irgendwie losgeht und nach sichtung des trailers hat ich auch eigentlich den kompletten film letztlich drauf gewartet irgendwann nach robert pattinson zu sehen der eben wirklich sehr sehr spät überhaupt erst auf den schirm tritt und ich mich die ganze zeit gefragt habe ob ich da richtig geguckt habe habe ich vielleicht wen anders gesehen im trailer und vielleicht eine komische wurde er wieder rausgeschnitten hat er einen skandal von dem ich nichts weiß weshalb der nicht im film ist aber nein er kommt er kommt nur sauspät und all das finde ich echt ein bisschen skurril also ich werde ja auch immer älter und ich vergesse auch viele wenn ich vor habe irgendwelche besprechungen zu machen dann habe ich inzwischen hier so ein kleines büchlein und an diesem büchlein da schreibe ich dann so stichpunkte rein und da habe ich zu einem film von replicas ein echt stumpfer sci-fi film habe ich eine seite geschrieben und ich habe hier geschrieben zu einem dokumentarfilm über äh christo diesem künstler habe ich hier zwei seiten geschrieben weil ich tausend sachen erzählen wollte aber hier zu waiting for the barbarians habe ich exakt einen stichpunkt und der ist sehr langsam das habe ich das habe ich notiert und das ist ein bisschen doof weil also ich habe mich wirklich sehr gefreut auf diese diesen diesen film weil das musical die oper ist super sau mega krass ultra dramatisch das ist halt eine oper die ist halt auch mega schwer und es hängt quasi die ganze zeit leichen im hintergrund rum und dieser hammer zum beispiel der auch im film vorkommt man sieht dann so irgendwann johnny depp mit so einem großen goldenen hammer der ist in der oper mega dramatisch weil das das werkzeug ist mit dem er jetzt jemanden hinrichten will und das ist schon echt übel und auch die musikalische untermalung von philip glas also das ist wirklich einfach fantastisch das was ich da zumindest mitbekommen habe ich saß viel hinter der bühne aber das war letztlich alles da habe ich mir gedacht krass das muss ja hier mega das endzeit ding werden und ich meine wenn man sich nur die kostüme der figuren eben jetzt dieser 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 polizisten das du es genannt lasse anschaut dann wird das schon irgendwie halt das voll düster auch werden können und so aber das plätschert so vor sich hin und ich meine es gibt ja auch dieser versuch da einen skandal rein zu tun wo keiner ist weil er diesem diesem dieser offensichtlichen barbaren quasi hilft wieder gesund zu werden und dann im vor Ort die Leute denken ja das ist dann bestimmt seine konkubine oder sowas absolut null sinn an der stelle dass das man darüber auch textseilen verliert ja aber das ist halt von wegen die der rahmen von dann das würde dann die das würden dann die die bürger die aristokraten in england die würden das dann als skandalös sehen weil die sehen die garantiert als nicht viel mehr als tiere an und so weiter also da muss das aus diesem standpunkt ja aber es war halt für mich war es halt quasi das präludium zu so einer ganz langsamen und andy hat es ja gerade gesagt also sehr langsamen film mit für mich eine schwache geschichte mit anständigem schauspiel in einer tollen umgebung ja das ist das ding weil ich da auch jetzt nicht wirklich viel hinzufügen kann um den groß zu verteidigen wo ich da dachte ja so schick aus also weiß nicht professionell produziert guter gutes schauspiel rundherum letztendlich auch harry melling in einer nebenrolle den die meisten garantiert als dudley dursley kennen aus den harry potter filmen den ich zuletzt halt auch in einigen äh anderen sachen gesehen habe er hatte zum beispiel eine große rolle an der seite von ähm Liam Neeson äh in dem cohen brüder netflix film battle of buster scruggs aber äh ja also also hat mich sehr gefreut halt einige schauspieler hier zu sehen aber letztendlich ist es halt einfach nur ja auch schöner showcase dafür dass die gut spielen können aber das reicht nicht ganz ne 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 also ja ja also andy hau raus meine gefühle meine gefühle ich bin absolut unterwältigt ganz schlimm enttäuscht was einfach auch an den hohen an also an meiner hohen erwartung liegt wenn ich gar kein vorwissen gehabt hätte hätte ich da erwartet dass ich sehr viel mehr johnny depp kriege dass ich sehr viel mehr pattinson kriege der mark rylans der ganz sicher ein toller schauspieler ist der muss jetzt hier auch nicht so richtig krass performen der wirkt einfach müde ich sehe ja der wirkt wirklich müde ich habe ganz viele szenen wo ich also so punkte wo ich mir denke macht hat doch mal mehr draus und kürzt dafür an anderer stelle weg also ich habe da jetzt ganz viele punkte schon genannt wo ich einfach äh beispielsweise ein innerer konflikt des magistrats der natürlich irgendwie auch die leute in seinem dorf da beschützen will der scheinbar ja irgendwie auch ein höheres ein krasseres verständnis für die lokale kultur hat der die barbaren nicht als barbaren sieht sondern einfach als leute die gar keine probleme haben zumindest keine wesentlichen und diese probleme die die polizei da jetzt in die barbaren hinein projiziert sind gegebenenfalls gar nicht da und damit werden neue probleme projiziert oder erschaffen viel eher da so eine art inneren konflikt hätte ich mir vorstellen können weil er eigentlich auch loyal ist vermutlich mal zur krone all so möglichkeiten die da einfach nicht genutzt wurden weiß ich nicht also ich bis ein bisschen dünn also man muss sich ja zum beispiel auch mal fragen er hat jahrelang jetzt dieses kleine vor da geführt den leuten ging es ja scheinbar nicht schlecht schließlich gibt es schweine die salate fressen können das ist jetzt nicht das schlimmste was der nervösste passieren kann und die haben unter ihm jetzt nicht unbedingt gelitten das ist mein eindruck und jetzt gibt es ja plötzlich die polizei die ihm irgendwelche vorwürfe macht die auch so ein bisschen haltlos und bescheuert sind und zack ist er der absolute arsch der sich nur noch auf seine handvoll vertrauten irgendwie verlassen kann die ihn dann so durchfüttern und mal waschen oder sowas das ist alles so ja also ich glaube aus einer unmittelbaren untergebenden soldaten konnte er sich verlassen die haben natürlich auch irgendwie auch in so einer ja schere gefangen zwischen dem was sie tun wollen tun müssen und so aber das war alles ein bisschen dünn und deswegen ich weiß nicht ob das jetzt einfach nur meine wahrnehmung ist weil ich eben so hohe erwartungen hatte oder ob das wirklich der eindruck ist den man hat wenn man den film dann geschaut hat der ja übrigens auch inszeniert worden ist von niemand geringerem als chiro guera kennt man ja unbedingt oder chiro guera was hat denn der noch so gemacht ein paar wenige filme birds of passage den haben wir besprochen bei uns irgendwas mit einer frau die drogen in der wüste anbaut war auch ein drogenfilm dann hört es schon auf also es gibt noch weitere filme aber die kenne ich alle nicht das ding ist ja mit den mit den halt dass sich alle gegen ihn wenden ich denke das ist ja auch eben mit so gemeint halt dieses empire das ist mächtiger als du ganz egal was wir für persönliche erfahrungen mit ihr haben wenn die sagen du bist du bist ein schwein du bist ein verräter bla 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 dann müssen wir das eben auch so sehen so sind wir auch alle tot oder geächtet und so also eben halt diese thematisierung von macht und all dem und was eben macht dann anrichten kann das denke ich sollte das mit ausdrücken und das das fand ich halbwegs interessant das hat es auch gut gemacht aber unterm strich ja ich möchte das wort action nicht benutzen aber ihr wisst was ich meine wenn ich sage ein bisschen mehr öl auf der kette hätte uns vielleicht auch den charakter mehr mehr wir hätten uns auch mehr einlassen können auf den charakter ich fand den den bösewicht hier super spannend und sehr interessant leider war viel zu schnell weg und am ende viel zu schnell auch unwichtig und der magistrat den kann ich mir gut vorstellen das war es ist ein lieber mensch der hat zugesehen dass seine leute da oder zumindest in seinem rahmen alle ein friedliches leben leben können plötzlich wird das erschüttert aber der bang der ist nichts der ist nicht doll genug denn im grunde ist es ja so dadurch dass er dieser barbarin hilft tut er tatsächlich etwas was er nicht darf und wenn man jetzt mal richtig pedantisch und spießig sein will he got what is coming also er hat sich quasi selber eingebrockt dass er die jungs wieder dass sie zurückgekommen sind sie waren ja schon weg dann ist er eben auch noch die diese diese nette dieses nette ding wo wo es ein klein bisschen zweideutig ist gibt es irgendetwas was wir über ihn nicht wissen weil relativ früh etabliert wird dass er diese alten schriftstücke sammelt und behauptet davon ja ist eine tote sprache und da werfen sie ihm dann eben später vor das werden tatsächlich versteckte nachrichten heute mit dem feind paktiert und das wird nie so ganz tatsächlich aufgeklärt wo wir im prinzip glauben wir ihm jetzt ein statement von vorher oder glauben wir jetzt das was die sagen ja aber ab dem also bis dahin bis du da bist ist das schon da findest du ja also entweder bist du dran geblieben und du sagst du ja ich guck das jetzt bis zum ende durch und find das gut oder du fragst dich halt eben gar nicht mehr nach seiten sondern einfach nur wann kommen sie denn endlich die barbare ja oder aber eben muss man dann eben auch sagen sind sie nicht vielleicht schon die ganze zeit da und wir sind kurz vor 25 minuten ja 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 right across enough dafür dass es nur einen stichpunkt in meinem buch gibt es ist echt eine ganze menge ja also es gibt eine menge punkte die ich hier liegen gelassen sehe ich hätte gerne gesehen was johnny depp in der wüste eigentlich passiert ist oder meinetwegen krassen showdown aller herr der ringe form vor mit den barbaren gegen das militär oder so klar ist alles nicht teil der handlung aber wäre vielleicht spannender gewesen als da jemandem zuzugucken der sich ein bad wachsen lässt das ist mein fazit und ich haus gleich raus ich bin hier bei enttäuschten anderthalb punkten von fünf anderthalb was eigentlich anderthalb ziegen von fünf ziegen voll lustig wie seht ihr das wie viele punkte vergebt ihr mo was ist bei dir los na er kriegt zwei und das ist auch genug ja ich schwanke zwischen zwei und 2,5 tendiere aber eher zu zwei das spielt jetzt auch keine wurst ja genau tendiere aber eher zu zwei aufgrund der genannten punkte weil ich mochte das schauspiel ich mochte den look der der sehr spärliche musikeinsatz war interessant ansonsten ist da und wie gesagt thematisch ist definitiv was da es wirkt halt nur ein bisschen unausgegoren und nicht nicht vollständig beendet das hat irgendwie was was das skript selber angeht und auch die machart hat das irgendwie etwas unfertiges wo ich mir relativ sicher bin konnten die bestimmte dinge nicht drehen oder mussten bestimmte dinge geschnitten werden aufgrund dessen dass dann bestimmte dinge dort nicht beendet werden konnten also ja das ist das ding also ich tendiere ja so auch so zu zwei punkten aber sehr gut gemeinte zwei oder 2,5 punkte sehr gut 5,5 im ganzen das ist eine veritable gurke meine frau sehr schön meine herren es war wieder vorzüglich mit ihnen über diesen film sprechen zu dürfen und jetzt beginnt der moment wo ich ihn vergesse vielen dank bis zum nächsten mal ciao auf wiedersehen tschüss und schaltet ein bei der sitcom von pro 7 oder so tschüss wir sehen so herzlich willkommen zur nächsten runde telestammtisch wir besprechen heute einen ganz äh großen klassiker der deutschen filmgeschichte würde ich mal behaupten die blechtrommel ich bin der jens und mit mir habe ich den max hallo max hallo jens ich grüße dich so ich denke außer mir hat wahrscheinlich jeder die blechtrommel schon gesehen gehabt ich habe sie tatsächlich heute oder insgesamt jetzt zum ersten mal gesehen gehabt ähm im original ist die 1979 ne 78 erschienen ist eine deutsch französische produktion und wird jetzt re-released als äh directors cut auf studio von studio kanal auf dvd und äh deswegen haben wir auch die ehre diesen film heute zu besprechen ähm absolut magst du was irgendwie zum film ich muss gleich einflächeln ähm das ding wird sogar in 4k auf blu-ray ach 4k war es genau das war das die directors cut version habe ich auch gerade ein bisschen nachgelesen die ist schon vor 10 jahren das tun ich auch genau auf dvd erschienen und ab heute also den 8. oktober gibt es das ding in 4k remastered als directors cut version äh zu kaufen yo was ist das ähm darsteller ist würde ich sagen von damals die weißt du waren die damals schon die allstars oder war das damals ihr sprungbrett also mario adolf ist dabei also ich sag der adolf war wirklich der 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 bekannte und über die angela winkler die die frau vom adolf spielt weiß ich nicht allzu viel david bennett war die neuentdeckung definitiv und katharina thalbach hat eigentlich auch mit der blechtrommel ihre karriere erst so richtig bekommen das dachte ich auch die war da so ziemlich immer noch genau also das erste oberste zugpferd war definitiv der mario adolf ja denke ich auch ja und wenn ich das richtig sehe hat der film einen Oscar gekriegt als bester ausländischer film damals äh unbedingt ich habe auch bei wikipedia nachgeschaut und deshalb gab es nur drei filme deutsche filme die den auslands Oscar bekommen haben nämlich nirgendwo in afrika und das leben der anderen also es gibt nur drei deutsche filme die den Oscar bekommen haben und 1980 hat die blechtrommel den Oscar bekommen ja definitiv ja was soll man direkt irgendwie was soll ich zusammenfassen oder so ein bisschen groben Plot also ich meine alles kann man ähnlich erzählen ja ich kann das auch schnell übernehmen also ich habe hier von wikipedia die zusammenfassung neun Zeilen also 1924 in Danzig in der Familie Mazzarat kommt ein Kind zur Welt vom Augenblick seiner Geburt an ist der kleine Oscar ein überaus frühreifes hellhöriges Bürschchen schon in den Armen seiner Mutter beginnt der Säugling seiner Umwelt mit größter Skepsis zu betrachten zu seinem dritten Geburtstag bekommt Oscar eine Blechtrommel geschenkt an diesem Tag beschließt er aus grundsätzlicher Verweigerungshaltung heraus sein Wachstum einzustellen indem er sich die Kellertrippe runterstürzt geistig und männlich entwickelt er sich sehr wohl weiter doch seine körperliche Erscheinung schafft von diesem Tag an automatisch eine gewisse Distanz zwischen Oscar und der Welt der Erwachsenen auf seiner hämmernden Blechtrommel und mit seiner Fähigkeit Glas zu zersingen artikuliert er seinen Protest gegen die verlogene intrigante Welt der Erwachsenen die ihm einerseits im Terror der Nazis andererseits in diversen Sexaffären seiner Familienmitglieder offenbart 1945 nach Kriegsende beschließt Oscar dass er wieder wachsen will eine schöne Zusammenfassung Quelle Wikipedia im Großen und Grenzen ist alles drin so und das haben wir in 163 Minuten gesehen du ich hab die längere Fassung gesehen ich hab glaube ich nochmal eine halbe Stunde extra gesehen ja aber Blu-ray Directors Cut ist 163 lang wir beide haben aber die DVD Directors Cut gesehen weil wir haben nur eine DVD ausgängig bekommen und die ist 156 Minuten lang also das heißt alle die sich aufgrund unserer Rezension jetzt die Blu-ray kaufen werden werden feststellen dass es da nochmal lass mich kopfrechend sieben Minuten mehr Filmanteil geben wird du hast in der Anmacht gemeint dass ja fast jeder außer du diesen Film schon gesehen hat glaube ich nicht weil ich glaube unsere Zielgruppe ist schon eher jünger als ich es bin und ich bin eigentlich super gespannt auf deine frische erstsehende Meinung weil ich hab den Film das erste Mal 14 Jahren gesehen das ist echt irre das war heimlich weil der war damals ab 18 und ich war 14 Jahre alt hey das war das war richtig abenteuerlich erzähl du wie du mit deinen Sehgewohnheiten diesen Film fang an dann würde ich aber gerne hören wie es halt für dich jetzt mal wieder anschauen gewesen ist definitiv das werde ich dir auch noch erzählen also ich hab mich am Anfang sehr durchkämpfen müssen tatsächlich weil gerade am Anfang wird der Oskar auch vorgestellt und eben seine Fähigkeit Gläser zu singen und im Endeffekt also er ist ein bisschen so eine Rotzgöre also wundert sich am Anfang dass er nie eine draufkriegt oder so so wie er sich anstellt also sobald man seine Blechtrommel anfasst das ist sein Heiligtum dann fängt er an zu schreien die gibt er nicht raus und dann zerspringen Gläser in der Nähe und dann geben die Leute in der Regel auf dann ist praktisch ein bisschen so die Vorgeschichte wie sein Opa war irgendwie schon irgendwie polizeilich gesucht ich meine der war Brandstifter und den hat die Oma dann unter ihren vier Röcken auf dem Acker versteckt das ist so ein bisschen die Rahmenhandlung also die Oma ist auch das Letzte was man am Ende sieht Moment aber meine Meinung soll ich ja dazu sagen also am Anfang fand es tatsächlich richtig schwierig weil ich keinen Schimmer hatte ich war wirklich ganz blauäugig bin ich rangegangen ich wusste nicht um was der Film sich dreht ich meine gut Zweiten Weltkrieg hätten wir irgendwie vorhersehen können habe ich aber tatsächlich gar nichts gewusst und so sagen wir mal heute erzählt man schneller würde ich mal behaupten also der Anfang ist schon sehr behäbig bis man mal kapiert in welche Richtung also so ganz kann man es ja eh nicht sagen in welche Richtung der Film geht das ist ja wie so zeithistorisch anhand von Oscars Leben sieht man halt so den ersten und zweiten Weltkrieg und wie eben in Danzig auch die Vertreibung also von seinem Onkel oder auch wer weiß Vater Spoiler Alarm 40 Jahre später der ist Poli der wird auch relativ spät dann irgendwann von den Nazis an die Wand gestellt und beschossen es wird eh relativ viel gestorben seine Mutter stirbt bei einer Schwangerschaft die schief läuft meine ich und insgesamt ist er eh so ein bisschen weirdo so ein bisschen also winzig ist halt aber praktisch im Lauf des Filmes logischerweise altert ja also am Anfang was mich dann endlich mal ein bisschen gecatcht hat war wo er das erste Mal im Zirkus ist und da diesen den kleinsten Mann der Welt ist glaube ich oder der kleinste Mann Deutschlands oder so trifft und der redet ihm ein bisschen ins Gewissen dass man den Nazis nicht das Feld überlassen darf und nicht die Bühnen und das ist eigentlich so fand ich irgendwie so war so ein bisschen für mich der Glanzmoment vom Film wo er dann die Nazi-Parade stört und irgendwie mit seinem Getrommel das Orchester so rausbringt dass die halt irgendwie ein Schneewalzer spielen statt irgendwie so ein Nazi im Marsch und das halt wo gerade irgendwie so ein Obernazi kommt und da foppt er die Nazis ein bisschen das ist richtig witzig und dann geht es halt so alles ein bisschen Bach runter logischerweise mit dem Zweiten Weltkrieg und dann irgendwie das fand ich dann ein bisschen weird also da habe ich mich gefreut dass dieser kleinste Mann der Welt wiederkommt und der ist dann aber bei Nazis als Obergeneral irgendwie so als als Bespaßung irgendwie untergekommen und holt halt einen Oscar auch zu Nazis da dachte ich so oh nein bitte nicht in die Richtung abdriften dass das jetzt irgendwie normalisiert wird irgendwie und das wird dann aber auch hervorragend rausgearbeitet dass eben die Nazis eindeutig irgendwie die Bösen waren und da knallen sie irgendwelche Nonnen ab am Strand die Krabben suchen oder sowas also muss man sagen also auch dafür wie alt er ist ist er relativ gut gealtert also sagen wir mal die krassen Darstellungen also es werden viele eklige Sachen dargestellt dann wird auch mal also relativ explizit Sex wird öfters dargestellt das fand ich zum Beispiel ein bisschen weird weil also logischerweise ist der Schauspieler ja auch irgendwie also ich glaube ich habe es vorher mal geguckt irgendwie war zum Drehzeitpunkt müsste so elf oder 13 gewesen sein oder so und der muss dann auch praktisch in Sex Szenen irgendwie mitspielen also so so gut wie möglich kaschiert irgendwie das ist ein bisschen weird aber insgesamt ist schon ein sehr greifender Film also so in allem was er darstellt und dann dachte ich auch noch mit Günter Grass als Autor des Romans auf dem der Film basiert irgendwie da hatte ich jetzt verschiedene Sachen im Hinterkopf also einerseits Literatur-Nobelpreis und andererseits eben aber auch relativ späte Ansage dass er eben oder halt ich glaube 2006 ist er irgendwie damit an die Öffentlichkeit gegangen dass er selber mal bei der Waffen-SS war was dann im Nachhinein natürlich irgendwie relativ viel Kritik brachte weil er eben über Jahrzehnte praktisch so ein bisschen die Moralinstanz in Deutschland war oder auch im Nachkriegsdeutschland und das natürlich die Sache schon ein bisschen relativiert dass er halt selber mal dabei war er sagt selber er war an keinem Kriegsverbrechen beteiligt er hat auch nur irgendwie er war fürs Laden der Kanonen zuständig und nicht fürs Feuer und das fand ich jetzt irgendwie so ein bisschen ja bis halt trotzdem Teil der Maschinerien und so weiter aber halt den kann man jetzt trotzdem nicht irgendwie absprechen da so ein also sehr wichtiger Literat war und eben auch für Nachkriegsdeutschland sehr wichtig für den politischen Diskurs und auch philosophischen und so weiter absolut ja ja und ich fand also insgesamt ich hatte zwischendurch immer ein bisschen Angst so oh nein nachher irgendwie wird es dann doch komisch dargestellt und so oder es ist fahrhablos oder so und das muss ich sagen mitnichten also der Film ist schon Bock hart auch an manchen Stellen also eigentlich so richtig witzig ist es eigentlich nie das ist immer relativ krass was passiert oder immer irgendwie sagen wir mal beschwert also jetzt kein irgendwie Summer Movie oder so nee überhaupt nicht also es ist kein Popcorn Kino gut Popcorn kann man natürlich dann eher salziges Popcorn als süßes so kann man sagen genau aber ich finde es irgendwie richtig spannend weil wie gesagt ich habe den Film in meinem Leben glaube ich fünfmal gesehen ich habe ich besitze ihn nicht als DVD aber immer wenn er ab und an auf Warte ZDF oder ARD kommt sage ich einfach ach komm jetzt schaust du mal die erste halbe Stunde wieder an und ich merke einfach ich bleibe bei dem Film bis zum Schluss und der dauert ja echt knapp drei Stunden also insoweit du hast vollkommen recht er hat auch damals schon gewisse Längen gehabt die Längen jetzt mit der heutigen Sehgewohnheit kommen einem streckenweise schon noch länger vor weil einfach zu wenig Kamerawechsel zu wenig ja Blickwinkelwechsel und so weiter was du halt mit dem heutigen Equipment einfach super gut darstellen kannst aber ich muss sagen also das letzte Mal habe ich ihn vielleicht vor acht Jahren gesehen ich habe ihn auch gestern nochmal aufgefrischt ich habe den Directors gerade gesehen ich finde es recht spannend weil ich habe bis jetzt noch eine Kinoversion gesehen und alle die die Blechtrommel kennen und in irgendeiner Form gemocht haben also den empfehle ich durchaus auch mal in Directors Cut reinzuschauen weil der ein paar Schwerpunkte wirklich woanders setzt also es gibt irgendwie 20 Minuten mehr Material aber der ganze Rahmen wird nochmal ein bisschen anders gesteckt also genau das was du gerade gesagt hast also diese Muschelsammelnden Nonnen beispielsweise oder auch diese Sequenz wo Rasputin vorkommt und eine Orgie feiert das gibt es in der Kinoversion nicht und das färbt den Film nochmal in eine ganz andere Richtung ein also insoweit fand ich es echt schön mit diesem Wissen ich dachte immer so vielleicht erkenne ich jetzt gar nicht den Unterschied zwischen Directors Cut und Kinoversion aber ja im Directors Cut wird es einfach nochmal ein neuer Rahmen gesetzt sonst würde es ja auch wenig Sinn machen definitiv und ich musste halt aus meinem See-Erlebnis also wo ich mit 14 15 den Film das erste Mal heimlich gesehen habe ich war fasziniert also zum Thema faszinieren gehört ja sowohl das Abschreckende als auch das Begeisternde wobei du vollkommen recht hast da sind mehr krasse abschreckende Geschichten drin also zum Beispiel dass Oskar in der Gebärmutter gezeigt wird das war von den Sehgewohnheiten ungesehen also heutzutage hast du es überall aber den Oskar in der Gebärmutter zu sehen oder diese diese Sequenz wo wo die Aale gefangen aber das war mega krass also auch diese zusammenrumpeln mit der mit der katholischen Kirche wo der Oskar einfach den Jesulein die Trommel stickt in die Hand drückt also das waren alles wo der Film in Kinos war das war das war Provokation vorm Herrn also eben auch die Sechszene die du wo du den Film das erste Mal gesehen hast auch sagst wow da geht es aber was abgeht das alles wenn man sich so überlegt was sonst in den Blockbustern 1979 in den deutschen Produktionen in den Kinos war war da noch Schulmädchenreport oder war das noch die Zeiten ja gut aber das war nicht Blockbuster das war das war ein Pornokino nee nee klar das war ja unoffizielle Dokumentation da war dann sowas irgendwie die Supernasen mit Tommy Gottschalk oder so ein Scheiß also das war die Zeit der Popper und der und der Rocker ja wow also ich muss sagen du hast es wahnsinnig gut in Worte gefasst der Film ist gut gealtert so von den von der Sehgewohnheit oder Verwöhntheit die wir einfach heute genießen ja also einfach mehr Schnitte mehr Kameras vielleicht mehr Special Effect ist er ist er einfach man sieht der ist eben halt vor 40 Jahren gemacht worden die Filmmusik nervt mich immer noch nicht und es gibt so viele Filme aus den 70er und 80er Jahren wo mich heutzutage die Filmmusik so so ankotzt wo ich sage das war gar nicht das vielleicht genau furchtbar fand ich super ich muss dazu noch so ein bisschen Background mäßig sagen also David Bennett ist aus München ich bin aus München und David und ich hatten einen gemeinsamen Freund ich habe David selber nie kennengelernt also der den kleinwüchsigen Oscar spielt habe aber vom vom Daniel also meinem Freund der irgendwie zweimal die Woche David gesehen hat also auch sehr viel über die Dreharbeiten und auch das damalige Feedback wie also David Bennett der ja wirklich ein kleinwüchsiger ist wie der dann auch behandelt wurde oder auch ja in der Öffentlichkeit wahrgenommen wurde und auch durch durch die Presse geschleift wurde und insoweit ich habe mich jetzt im Zuge des noch mal schlau gemacht über Wikipedia und es ist so was ich nicht wusste weil die Blechtrommel als Buch habe ich nicht gelesen also das Blechtrommel steht aus drei Büchern und es sind nur zwei Bücher verfilmt worden und eigentlich hat der Volker Schlöndorf der ja Regie geführt hat geplanten dritten also eine Fortsetzung zu machen also das dritte Buch im Prinzip auch noch zu verfilmen also ich bin ein bisschen froh dass er es nicht hat der ist so schon lange genannt ja ja und das was ich gelesen habe ist dass zum Beispiel dieser Oscar der hat also die die Buch Buchfuhr Oscar hat zum Beispiel auch zwei Jahre in einer Kinderpsychiatrie in einer Kinderheilanstalt verbracht also das kommt in diesem Buch vor und da sind ja auch ein paar Kritiker die das Buch kennen und den Film gesehen haben die alle sagen wir haben das Buch gelesen und der Film ist geil aber es fehlen halt noch so diese ganzen weiteren Ausstattungsmerkmale um diesen Charakter von diesem rebellierenden querdenkenden kleinwüchsigen Oscar also noch noch mehr zu bestrahlen also dem noch mehr Facetten abzugeben und David Bennett hat sich aber geweigert bei der Fortsetzung mitzuspielen und damit ist dieses Projekt gestorben gewesen aber ich wollte gerade spaßenshalber sagen vielleicht kommt es demnächst die Blechtrommel 2 aber es gäbe ja dann tatsächlich noch Material sozusagen ja wobei ich auch gelesen habe dass dieser Directors Cut eigentlich technisch wahnsinnig schwierig zu erstellen war weil genau die Sequenzen hatten eine wahnsinnige Problematik in der Tonspur und da haben sie also wirklich digitale Meisterwerke veranlasst um das Ganze irgendwie aus einem Guss zu machen und wie gesagt das muss ich sagen das war alles sehr rund und wir beide haben ja nur die DVD Variante gesehen und ich vermute fast dass es die DVD Variante dieser 10 Jahren auf dem Markt ist insoweit das Ganze mal auf 4K remastert und hochgepimpt anzuschauen also ich bin echt kurz davor mir doch mal vielleicht wenn es bei Amazon dann schon gebraucht zu kaufen gibt in drei Monaten oder so mir tatsächlich mal die 4K Variante einfach zu schießen hast du noch dem was zuzufügen eher so ein bisschen die Frage weißt du was der Regisseur sonst gemacht hat also das ist jetzt nicht unbedingt mein Jahrzehnt so Eine Liebe von Swan hat Volker Stöndorf gemacht der ist sehr gut also es sind einfach so deutsche Autorenfilme Homophaber ist auch super das ist von Max Frisch ja so die letzten Der namenlose Tag das Meer am Morgen Diplomatie habe ich alles nicht gesehen das ist das was es in den letzten Jahren gemacht hat dann ein geiler Film Die verlorene Ehre der Katharina Blum ist ein Film über eine Terroristin von der RAF also der Film ist mega der Fangschuss ist mega die Blechtrommel klar haben wir schon gesagt die Fälschung bla bla also Volker Schlöndorf ist eine absolute Größe also zwischen 61 und 2017 hat er wirklich ein paar extrem namhafte Filme gemacht und extrem viel Preise abgeräumt damit also wie du schon gesagt hast also sowas mir fällt auch nichts Vergleichbares ein wie wir jetzt einfach gerade die Geburtsdäne und so weiter und so weiter also so in so einer Intensität das hat man sehr selten würde ich behaupten beim deutschen Film also ich glaube der ist schon zu Recht herausragend unbedingt ja und der ist ja wirklich in vier Ländern gedreht worden ich habe noch so ein paar Bonusse angeschaut auf der DVD also allein das Produzieren und die Sprachbarriere also das heißt der Film wurde ja auch in Danzig gedreht wo noch der eiserne Vorhang war wo das also ein Politikum war wo auch die Polen gesagt haben nee also russische russische Soldaten die die Post in Polen sprengen oder russische Soldaten genau russische Soldaten die deutsche Zivilisten vergewaltigen was ja auch das darf nicht gezeigt werden und deswegen wird dieser Film nicht in Polen Drehgenehmigung also es war durchaus ein Politikum also sehr viel ist in Polen als auch in Jugoslawien gedreht worden ähm ein bisschen was wirklich in Berlin ähm also es ist wirklich auch spannend also für alle Leute die in irgendeiner Form sagen wow er ist gut gealterter Film also er ist spannend es ist ein epochales Werk es ist eine Mischung aus äh sag ich jetzt mal Zeit Dokument also der gesamte Aufstieg und Niedergang des Dritten Reiches und wie Leute einfach opportunistisch versuchen das Beste daraus zu machen und zum anderen finde ich es gut das ist natürlich um Gras zu zu schulden dass das alles eine Relevanz auf ein privates Leben hat also es wird nie großartig erklärt boah das ist der Führer und der ist böse und bla und blöd sondern es ist einfach nur wie reagieren die Protagonisten darauf wie gehen die damit um wie verbiegen die sich oder wie sehr rebellieren sie damit und das finde ich fand ich in dem Film schon immer gut dass du einfach menschliche menschliche Reaktionen hast äh die 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 eine private Drama haben auf jeden Fall aber auch durch den politischen Rahmen genährt werden angefeuert werden ja und das finde ich sowohl bei dem Buch obwohl ich es nicht gelesen habe sprich Drehbuch als auch bei der Verfilmung einfach ja diese zeitlose Schönheit ja irgendwie du sagst das ist das Subjektive dieser Blick auf die Dinge und nicht so ein Erklärer also ein Erzähler der nebenher noch erklärt genau und dann ist das passiert und das passiert weiß man ja auch tatsächlich einfach also absolut äh was würdest du jetzt diesem Film für Punkte geben also ich würde es fast anmachen finden generell den Film heutzutage noch zu bewerten aber tatsächlich wie gesagt ich hatte meine Schwierigkeiten also die erste Dreiviertelstunde war eine Tortur bis du mal drin bist und dann dann muss ich auch sagen dann hat er mich gecatcht dann hätte ich ihn jetzt auch nicht mehr ausmachen können aber ich so wie ich mich kenne hätte ich hätte ich ihn jetzt irgendwie im Free-TV gesehen dann hätte ich ihn irgendwann wäre ich wieder ausgestiegen aber so wenn man das komplett gesehen hat und alles in allem auch mit der ganzen Relevanz und so weiter muss man sagen das ist ein sehr guter Film einfach also ich würde höchstens einen halben Punkt abziehen irgendwie und das ist schon ein bisschen vermessen weil er mich halt genervt hat aber da würde ich mal 4,5 Blechthornen geben würde ich sagen boah krass von 5 wow 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 ähm ja also ich ich würde sagen mit 14 Jahren hätte ich dem Film natürlich 5 Punkte ja definitiv denke ich auch weil er einfach im Vergleich zu allem anderen was in Deutschland filmtechnisch produziert wurde der absolute der absolute Megahammer war ähm ja aber seitdem gibt es bessere Geschichten das stimmt natürlich auch also wenn ich aus heutiger Sicht sag ich ich wertschätze immer noch die 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 von vor 40 jahren würde ich auch sagen ja 4,5 also er ist wirklich in Ehren gealtert es ist ein alter Film aber er hat immer noch hat immer noch eine Spannung er hat zwar seine Längen aber die Filmmusik geht einem immer noch nicht auf die Nerven das wurde gesagt das ist mir tatsächlich überhaupt nicht negativ aufgefallen also insoweit einigen wir uns einfach auf 4,5 Punkte auf einen Film der 41 Jahre alt das ist ja schon krass das ist schon geil oder absolut dann geben wir also 4,5 Blechtrommeln dem Film die Blechtrommel und ich habe mich sehr gefreut wir haben uns das erste Mal über einen Film unterhalten Jens Max dann geh mal zurück ins Studio zurück zu Andi zurück zu Andi schönen Abend ab zum Schnitt schönen Abend dir und bis auf weiteres bis bald ciao ciao willkommen beim Tele-Stammtisch ich bin Max und mit dabei ist heute Till moin und Werner hi hi und wir reden heute über Happy Times von Michael Mayer Till kannst du uns mal ein paar Eckdaten dazu geben ich versuch's ja Happy Times ist ein Film der ist ursprünglich schon 2019 in die Kinos gekommen ja der zweite Film von Michael Mayer und das ist nicht der liebe Slasher-Kollege sondern ein mäßig begabter Regisseur Film geht 93 Minuten und hat ne ich würde mal schätzen der könnte schon ne FSK 18 bekommen oder oder ne 16er ne der hat ne 16er ja hat den 16er bekommen also bei einem die wichtig noch nicht bewertet aber ist ja auch Moment das kann man ja noch schnell nachgucken damit wir hier nichts falsch ja 16 tatsächlich bei Amazon gibt's den schon vorzubestellen ab 9. Oktober ist der im Handel erhältlich yes vor Tipp weiter geht's weiter geht's mit der tollen Handlung die Handlung die gibt da natürlich genauso viele tolle Sachen her denn im Grunde geht's einfach nur darum dass eine reiche Familie ein paar Freunde einlädt ein paar Verwandte einlädt einfach für einen wunderschönen Abend und dann geht's bei den Gesprächen ein bisschen heiß her da geht's dann um Geschäfte Frauen Familie Religion und das Ganze eskaliert dann irgendwann bis die Sache dann eben auch wirklich blutig wird und naja der Rest bleibt jetzt erstmal ein Geheimnis nicht lange ja also es sollte vielleicht noch zu erwähnen sein das ist ja quasi fast ein komplett israelischer Cast ist und dementsprechend der Film auch quasi fast nur im Film fast nur israelisch gesprochen wird mit ein paar Ausnahmen weil er ja doch trotzdem in L.A. spielen soll angeblich ja genau stimmt die treffen sich alle in einem L.A. super Villa Penthouse genau die Frage ist ob unser Screener jetzt tatsächlich nur so viel so viel israelisch drin hatte ja ich glaube das lag wirklich einfach nur am Screener ich glaube auch also ich kann mir vorstellen dass wenn der bei uns erscheint dass deren Muttersprache ins deutsch übersetzt wird synchronisiert wird und das äußerst schlechte Englisch um das schon mal vorweg zu nehmen Englisch bleibt ja das ist durchaus möglich kann ich mir so vorstellen also Originalsprache ist halt israelisch natürlich im DAP wird das eh dann immer noch mal was anderes sein genau und ich kann mir vorstellen dass der Film im DAP auch angenehmer zu gucken ist weil die meisten deutschen Synchronsprecher ja doch recht gut ihre Arbeit machen im Gegensatz zu diesen Leuten vor der Kamera ja das stimmt und selbst wenn sie die Arbeit schlecht machen kann das in dem richtigen Filmgenre ja auch spaßig sein sag ich mal ja stimmt auch wieder wenn ich mir diesen Film hier so angucke dann ist das einer dieser Filme wo eine schlechte Synchro den Film eventuell unterhaltsamer machen könnte ja vielleicht sogar besser stimmt das könnte sein ich werde mir zwar trotzdem nicht holen aber ja spaßig ja hattet ihr den Spaß mit dem Film ist schwer zu sagen also die erste Hälfte hat man halt noch minimale Erwartungen also man weiß halt noch nicht so genau was passiert und deshalb hat man wie soll ich sagen noch so eine gewisse Hoffnung und ein gewisses Grundinteresse daran was passieren kann und ich würde so sagen nach der Hälfte weiß man dann was für ein Film das hier ist und weiß auch dass es nicht mehr besser wird bei mir muss ich sagen war es eher ein bisschen anders herum weil ich muss sagen gerade der Anfang war noch verhältnismäßig ganz in Ordnung gemacht du siehst halt eben die Familienmitglieder die Freunde die sich da zusammensetzen in Ruhe eintrinken ihr Schwätzchen einhalten es gibt hier und da mal ein klein bisschen Spannung ist alles schön und gut alles standardmäßig alles nachvollziehbar und bis dahin auch in Ordnung sage ich mal ja ja ich wollte gerade sagen nicht wirklich gut aber jetzt auch noch kein Totalausfall genau und das erste Problem daran ist einfach dass sich dieser Teil des Films zu lange zieht diese Einführung der Familie und diesem ganzen Zeug das dauert einfach zu lange und das will was heißen bei einem Film der 90 Minuten geht er hat sich richtig lang angefühlt auf jeden Fall hätten sie kürzen müssen wenn er nur 70 Minuten geht oder 80 das ist bei so einem Film glaube ich das ist glaube ich eher ein Fehler alle so krass krass einzuführen so irgendwie Tarantino mäßig eine halbe Stunde lang ein Gespräch am Tisch das geht halt nicht vor allem also Tarantino mäßig nicht im Sinne das ist wie ein Tarantino Film sondern nur weil da funktioniert es ja sehr gut das Gespräch über eine halbe Stunde gehen und nichts passiert quasi aber das ist halt in dem Film völlig daneben gegangen für mich es wurde sehr schnell sehr fremdschämig und vor allem weil ja auch selbst sie geben den Charakteren sehr sehr viel Zeit um ihre Motivation zu erklären und dann müssen sie teilweise trotzdem so in der Mitte des Films noch irgendetwas einführen damit andere Sachen dann später Sinn machen ich sag nur der Veteran ja was halt der größte Bullshit des ganzen Films ist das ist leider wahr naja also ich muss zugeben Potenzial hat die ganze Geschichte ja eigentlich weil es gibt ja schon solche Filme wo es einfach Stress innerhalb der Familie gibt was dann am Ende irgendwie eskaliert oder ja genau oder halt eben auch wenn es dann blutig zugeht musste man zum Beispiel an Ready or Not denken was ja auch ja so in die ähnliche Richtung ging kann man fast sagen aber halt eben bei weitem besser war und hier hat man einfach nichts in der Hand wo man sagen kann ja da überzeugt der Film ja das würde ich auch sagen ist für mich das größte Problem des Films dass er für mich einfach nichts hat an Qualität so es gibt einfach keine Stelle wo du sagen kannst okay das und das fand ich jetzt nicht gut aber deshalb hat dieser Aspekt des Films besonders gut funktioniert weil es gibt ja manche Filme die vielleicht nicht gut sind aber dafür dann fantastische Kameraarbeit trotzdem immer noch haben oder einen großartigen Soundtrack oder irgendwas oder zumindest coole Kills also das ist ja aber das ging auch nicht ich finde die waren alle die waren alle unspektakulär aber ich fand das Ende auch so billig ja total das Ende war ja sowieso totaler Schwachsinn vor allem da diese Szene wo der eine dem anderen mit diesem Aschenbecher irgendwie das Gesicht zerschmettert dann kommt da plötzlich die Ehefrau um die Ecke nimmt den Typen in den Arm und der hatte irgendwie nicht mal eine Beule sondern also ich weiß nicht die keine Zeit hatten denen irgendwie ein Matschgesicht zu machen oder irgendwie das Blut am Aschenbecher hat gefehlt noch dazu und aber das war alles völlig unglaubwürdig das selbst das Blut sah schlecht aus ja also generell Pet Shop aus ja generell die menschliche Physik die hat da in dem Film irgendwie total versagt weil wo du denkst der müsste jetzt nicht nur einen roten Fleck sondern ein rotes Gesicht haben ja siehst du vielleicht einen Pratzer und fertig ja ich fand das auch also ich hab als ich den Trailer geguckt habe und hab ich mir gedacht ey cool irgendwie das könnte Spaß machen das sieht eh nicht nach dem größten und besten Film aller Zeiten aus aber vielleicht sind das coole Kills irgendwie die Story ist ja eh Latte aber irgendwie es ging mir genauso ich dachte halt im Idealfall wird das ein guter Trashfilm ja ich hab letztens kennt ihr Crawl diesen Krokodilfilm ja so das ist so ein Trailer geguckt gesehen okay zu 100% ist das halt also hoffe ich dass es halt das Krokodil kommt die Story ist scheißegal es wird ein bisschen spannend es gibt ein bisschen Krokodil Monsterfilm mäßige Action irgendwie ähm hab ich bekommen fand ich okay ähm ich war nicht enttäuscht weil ich hab das bekommen was ich erwartet habe und ich wurde bei Happy Times halt dennoch enttäuscht obwohl meine Erwartungen echt nicht so hoch waren na es ist so dieses dieses klassische schwach angefangen und stark nachgelassen ja ja genau ja also meine Enttäuschung hielt sich in Grenzen weil ich nicht wirklich viel erwartet habe muss ich zugeben es ist einer dieser Filme gewesen wo ich mir gedacht hab okay guck's dir einfach mal an lässt dich einfach mal überraschen weil ja in Zeiten wie diesen ist man für jeden neuen Film dankbar und naja leider ging der Schuss nach hinten los aber mir tut es dann halt trotzdem auch immer ein wenig leid für meine Zeit weil ich mir denke okay es sind zwar nur 90 Minuten aber in diesen 90 Minuten hätte ich vielleicht auch einen guten Film gesehen ja locker und deshalb ist es halt wirklich schade auch also eine Empfehlung würde ich auf jeden Fall nicht für den Film aussprechen ne ne also das den kannst du vielleicht für einen Euro auf dem Flohmarkt mitnehmen oder Grabeltisch so ja vielleicht mit deutscher Synchro passt das vielleicht dann auch schon besser vor allem weil auch auch schauspielerisch wirklich der Film teils so sehr gelitten hat ich weiß nicht habt ihr manchmal darauf aufgepasst was Schauspieler machen wenn sie gerade zwar in der Szene sind aber keinen Dialog führen weil du hast dann so zwei Personen die sich unterhalten und du hast eine dritte im Hintergrund stehen ja die sind die Regieanweisung ist quasi nicht vorhanden diese Leute wissen nicht was sie vor der Kamera machen sollen und starren deshalb einfach in die Leere rein weil sie halt total mit der Situation überfordert sind das geht halt gar nicht stimmt jetzt wo du es sagst darauf geachtet habe ich tatsächlich nicht ich dachte mir so nach der Hälfte des Films so okay jetzt pass einfach mal auf andere Aspekte des Films als die die halt genau direkt weißt wo du dich jetzt direkt drauf konzentrieren sollst und dann fängt der Film an tatsächlich lustig zu werden weil du dann das Unvermögen des Regisseurs bemerkst das ist einfach schade und habe ich das richtig verstanden kleiner Spoiler dass der Typ der verbrannt werden sollte am Ende da wieder stand ja okay der ist auch einfach aus der Kiste irgendwie rausgekommen man weiß nicht wie er war auf einmal wieder ich konnte es erst nicht einordnen weil ich dachte wie geht das also aber okay danke dann habe ich doch aufgepasst und es ist einfach Mumpitz ich muss auch sagen der beste Charakter in dem ganzen Film war die schwarze Freundin die einfach in der Mitte des Films gesagt hat fuck geht das hier wird mir zu dumm ich gehe jetzt und da fand ich das auch lustig weil da gab es ja sogar ein Plothole weil falls ihr euch erinnert ganz am Anfang werden die ja zugeparkt und nachher fährt sie einfach weg die haben einfach vergessen dass das Auto noch da steht ich dachte hat er nicht am Anfang die Schlüssel weggeworfen von dem Typen genau und deshalb könnte man das Auto ja nicht mehr wegfahren und sie wäre blockiert gewesen aber die haben das wahrscheinlich im Skript oder der Regisseur oder wer auch immer zuständig für diese Szene hat einfach vergessen dass dieses Auto noch da stehen soll und deshalb kann sie einfach rausfahren obwohl sie eigentlich davon hätte blockiert werden soll ja der Regisseur ist auch Autor übrigens vielleicht macht er ja weiter und vielleicht hat er ja schönere Ideen meine nach zwei Filmen vielleicht kommt da ja noch was vielleicht ist es ja besser ich denke halt ich hab Erstsemester Filmstudentenkram gesehen der war besser ja was mich auch also vielleicht manche Leute sollten es vielleicht auch einfach bleiben lassen vor allem wenn wenn du doch also wenn der Film sah jetzt nicht billig aus er war schon noch relativ billig produziert aber ich hab halt wie gesagt schon einen Film gesehen mit viel weniger Budget die aber einfach eine Idee hatten ja das stimmt diese diese als die Polizisten da kam auch eine ganz furchtbare Szene oh ja und politisch sehr fragwürdig glaube ich auch noch das zufügen ja also es gibt halt gibt viele solche Sachen und ja der Film ist einfach nicht spannend er ist nicht dramatisch er ist nicht lustig er dümpelt so vor sich hin ohne zu wissen äh ja wo er wirklich hin will weil wie ihr ja gesagt habt also horrormäßig ist da nicht wirklich viel drin ne das ist er hat halt einfach nichts und hätte ich ihn jetzt nicht für den Podcast geschaut hätte ich ihn wahrscheinlich auch einfach abgebrochen und ich glaube damit könnte man eigentlich auch als Fazit sagen so Leute wenn ihr den Film auf Amazon findet bleibt einfach weit weit weg davon also lasst die Finger davon weil da für das Geld könnt ihr euch definitiv bessere Filme kaufen ja das ist ein gutes Fazit wollen wir Feierabend machen? ja machen wir den Deckel zu machen wir den Deckel wir müssen aber noch Punkte geben ja definitiv ähm also ich hab ihm auf Letterbox einen halben Stern gegeben ein halber Stern okay das ist dann doch ziemlich ja ja also ich hab da ein bisschen ein anderes Maß muss ich sagen also weniger als ein Stern kann ich nicht geben tue ich nie und weil der Film halt eben doch minimal ein bisschen was an Qualität hat sag ich mal also ich hab diese Woche einen viel schlechteren Film gesehen nennt sich Mila Mutes Moses von dem her kriegt dieser Film von mir anderthalb Sterne aber ja das macht ihn auch nicht wirklich gut ne dann reihe ich mich in der Mitte ein ich mach ein von fünf ähm und ja das kurze Fazit eben ähm reicht würde ich sagen keine Happy Times ja alle hatten keine Happy Times ja schade aber so ist es dann bedanke ich mich war doch eine eine schöne kurze knackige Unterhaltung adieu bis dann ciao 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 applaudiert 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 Untertitelung des ZDF, 2020